Zunächst einmal einen herzlichen Dank an euch alle fürs Abonnieren. Die ersten 100 Abos sind dank euch geschafft. Erst im Sommer 2019 habe ich damit angefangen, mehr oder weniger regelmäßig die Reisevideos und Reisetipps zu produzieren. Seit dem letzten Sommer steigen dann auch endlich mal die Besucherzahlen und eben auch die Abos. Ich muss sagen, ich finde das absolut super. Ihr seid für mich die Motivation weiterzumachen und immer wieder weitere Videos zu produzieren. Also auch dafür nochmals ein herzliches Dankeschön an euch alle. Vielleicht ist jemand von euch mal weggezogen vom Niederrhein und würde ganz gerne mal seine alte Heimat wiedersehen. Wenn ihr also einen speziellen Wunsch habt und einen speziellen Ort noch einmal sehen möchtet, dann schreibt es ganz einfach in die Kommentare. Ihr findet mich auch auf anderen Plattformen, wie denn beispielsweise Twitter, Telegram, Facebook, Diaspora oder auch über Jitsi bin ich erreichbar. Wenn ihr also irgendein Kommentar loswerden möchtet oder ich irgendeine Mail, eine Nachricht an mich schicken möchtet, schickt es einfach rüber. Ich lese es mir durch. Ich würde mich sehr über einen Kommentar oder eine Nachricht von euch freuen. Übrigens, wer es noch nicht mitbekommen hat, es ist erlaubt und auch erwünscht, meine Videos mit den Freizeittipps in eure Webseiten einzubinden. Ich weiß also, dass einige Videos inzwischen auch in den Niederlanden sehr gerne verwendet werden. Da bin ich ja häufiger mal in Seeland zu Besuch. Also wer das möchte, gerne das einbinden möchte, eventuell der kann das gerne tun. Es ist kein Problem. Also macht's gut und bleibt gesund. Bis bald, euer Klaus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020